Alice möchte ihre Nachricht mit einer Signatur versehen. Dazu erzeugt sie mithilfe einer Hash-Funktion eine Prüfsumme und verschlüsselt diese mit ihrem Private Key. Die verschlüsselte Prüfsumme bildet die Signatur, die gemeinsam mit der ursprünglichen Nachricht an Bob übertragen wird. Bob berechnet aus dieser Nachricht mit der gleichen Hash-Funktion eine neue Prüfsumme. Gleichzeitig entschlüsselt er die Signatur mit Alice Public Key, wodurch sich wieder die Prüfsumme ergibt, die Alice erstellt hatte. Sind beide Prüfsummen gleich, stammt die Nachricht tatsächlich von Alice und wurde nicht manipuliert.